Guten Tag. Mar, wo tut's denn weh? Nirgends. Ich bin auch nicht mal verspannt. Aber ich dachte, ich tu mir mal was Gutes. Prima. Dann denke ich, werden Sie unser Wohlfühlpaket genießen. Ich beginne mal mit dem tibetischen Kuschler, ja? Mhm. Gut. Schön entspannen. Ja, so ist gut. Gut. Ja. Ah. 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 Moment. Ist alles in Ordnung? Ja. Also außer, dass ich meine Beine jetzt nicht mehr spüre. Dann überspringen wir das einfach. Und ich mache einfach weiter mit dem thailändischen Kiestreicheln, ne? Ja, ist schon besser. Das gute alte Kiestreicheln ist genau das Richtige. Zum Warmwerden, bevor es so richtig losgeht, ne? Ja, das seh ich auch so. Ah, bitte. Ich bin da schon ganz warm. Wirklich. Okay. Gar kein Problem. Ja. Ich bin jetzt gleich mit dem Saigon-Backenschmuser. Nee, bitte nicht verwöhnen, ja? Wissen Sie was? Wir überspringen das einfach und gehen getrennte Wege. Sie, ich und der Backenschmuser. Ich glaube nicht, dass Sie gehen werden. Nicht, wenn Sie erst einmal die Bonnen unserer indonesischen Schmusekatze genossen haben. Sie sind doch total bescheuert. Nehmen Sie das Ding da weg. Los, nehmen Sie es weg! Ich bin Mestil, die indonesische Schmusekatze. Sorry, er will nicht. Na gut. Was? Moment, da kann man nur... Ich bin Mestil, die und ich bin da.